So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich dachte eigentlich, ich bin fertig für heute nach Raid am Mittwoch und nach einer Premiere, die 20 Uhr jetzt gleich kommt. Bei mir ist es 19.46 Uhr, ich habe gesehen, es ist schon wieder alles angekündigt worden. Morgen am Donnerstag würde das Halloween-Event losgehen, Teil 1. Da sind so viele Forschungen mit dabei und alles andere. Am Freitag ist Raid-Boss-Wechsel auf Darkrai. Jetzt haben sie schon das Halloween-Event Teil 2 angekündigt, was aber erst die Woche danach am Donnerstag beginnt. Da ich für morgen schon ein Video gemacht habe, heute am Mittwoch, nämlich mit der Prime Amazon Gaming-Forschung und ja dann am Donnerstag das Halloween-Event auch aufnehmen möchte, die Forschungen aufnehmen möchte und dann Raid-Boss-Wechsel ist, wir wieder Community-Raid machen, ist so viel Zeug, was ansteht. Ich kann dieses Video nicht bis morgen warten lassen, sonst hätte ich für morgen ein Video gehabt. Aber ich habe ja schon für die nächsten 10 Tage Videos, quetsch mal das also irgendwie noch hier rein. Teil 2 Halloween-Event. Dieses Halloween warten kostümierte Pokémon und Teamplay auf euch. So geht die Party erst richtig los. Wir sehen wieder einen Pikachu, wir sehen einen Gengar, beides mit Kostümen, Kostümen, die sie bisher noch nicht hatten. Da läuft ein Zorua rum. Wenn das so heißt, vorhin habe ich meinen Ignivore gefangen als Kumpel mit Best-Buddy-Badge, habe gedacht, richtig genial, das für ein Video sieht bestimmt lustig aus. Da war es. Und dann kommt es als Shiny so. Was steht jetzt hier dabei? Teil 2 des Halloween-Events in Pokémon GO. Von Donnerstag, den 26. Oktober, 10 Uhr, bis Dienstag, den 31. Oktober, um 20 Uhr. Pokémon-Debüts, Pikachu mit Halloween-Kostüm, Gengar mit Halloween-Kostüm. Beide also neu da. Das wären meine Ziele gewesen. Im Normalfall jetzt schauen wir halt mal, ob man was bekommt oder eben nicht. Wilde Pokémon. Gut ist, dass das Pikachu natürlich wild erscheint. Ist nicht hinter einer Paywall versteckt bei Eiern oder bei Raids, sondern ihr habt es direkt wild. Hat, ja, was ist das überhaupt? Ein Hut hat es auf jeden Fall auf und einen richtigen Mantel, einen Anzug, alles sehr orange gehalten. Ist auf jeden Fall ein cooles Kostüm. Also ich finde es gut. Es gab ja schon Kostüme, wo du einfach nur so eine ganz kleine Haarblüte hattest oder ein kleines Krönchen. Da hast du kaum was entdeckt, wenn du deine Liste durchscrollst. Das ist auf jeden Fall auffällig und passt gut zu Halloween. Wulpix mit dem Gruselfest-Kostüm ist zurück. Wer da keins bekommen hatte. Gramurx, Traunfugil, Zobiris. Plinfa mit Halloween-Schabernack-Kostüm. Driftlon, Makabaya, Zorua. Fünx, Paragoni. Irbis mit Gruselfest-Kostüm und FM. So. Was ist davon jetzt nützlich für mich oder was wären meine Ziele? Zobiris hat ja eine Mega-Entwicklung. Kriegt hat, ja hat. Da könnte ich vielleicht gucken, dass ich noch ein bisschen was sammle. Ein paar Baumwurks auch zum Buschen und so weiter. Gramurx, Gramschafe ist eigentlich ganz cool. Neue Shinies, ja. Das Pikachu. Irbis mit Gruselfest-Kostüm. Da hatte ich damals alle Versionen, alles da. Jetzt habe ich keine mehr. Und ich finde halt dieses Kostüm, naja. Dieser Hut sieht vielleicht witzig aus, aber ist jetzt halt nicht so prickelnd. Ansonsten FM-Bonbons. Wer den C-Day verpasst hat, kann da was mitnehmen. Paragoni. Gut für die GBL vielleicht. Wird ja neu als Shiny eingeführt im ersten Teil des Halloween-Events. Im zweiten ist das auch noch da. Ihr habt also dann für zwei Wochen Zeit, auf Shiny-Jagd zu gehen bei dem Teil. Und zur Ruhe wild. Wenn ihr euren Buddy also irgendwo auf der Map seht, geht hin, fangt den. Es ist ein zur Ruhe. Und vielleicht habt ihr sogar Glück und begegnet einem schillernden. Mit etwas Glück könnt ihr sogar dem folgenden Pokémon begegnen. Gengar. Und das finde ich jetzt eigentlich richtig cool, weil ich war mir sicher, dass das in den Dreier-Raids versteckt ist. Es kann aber Wilds bochen. Das heißt, ein wildes Gengar mit Halloween-Kostüm was Shiny sein kann, wäre definitiv ein Highlight. Es wird eine befristete Forschung geben. Während des Events ist eine befristete Forschung rund um Halloween verfügbar, schließt die Forschung ab, um gruseligen Pokémon wie zur Ruhe Paragoni und kostümierten Pokémon zu begegnen. Da muss man jetzt gucken, weil viele Sachen fangen ja im ersten Halloween-Event schon an und erstrecken sich vom Zeitraum bis zum 31., also über alle zwei Wochen. Event Boni. Ihr erhaltet zusätzliche Bonbons, wenn ihr Pokémon mit gut großartig fabelhaft fangt. Für das Fangen von kostümierten Pokémon erhaltet ihr möglicherweise zusätzliche Bonbons. Was heißt denn möglicherweise? Ihr erhaltet zusätzliche XL, wenn ihr Pokémon mit gut großartig fabelhaft fangt. Und am 31. Oktober erhaltet ihr für das Fangen von kostümierten Pokémon Sonderbonbons oder XL Sonderbonbons. Ich glaube, das ist das Krasseste, was ich je gelesen habe. Aber halt nur am 31. Am 31. also nur kostümierte Pokémon fangen für Sonderbonbons und XL Sonderbonbons, die ihr dann in legendäre Reihen pushen könnt, in mysteriöse. Das ist auf jeden Fall cool. Raids. Wir haben Nebulak, Traunfugil, Paragoni Stufe 1. Wir haben Gengar mit Halloween-Kostüm Stufe 3. Wer also kein Wildes findet, könnte es auch raiden. Wir haben Darkrai in den 5er Raids. Auf jeden Fall cooles Pokémon. Muss man natürlich raiden, wenn man das Shiny haben will. Ist nicht tauschbar. Ihr könnt euch das Shiny nicht von einem Kollegen holen. Mega Raids, dann mega, aber nett. Finde ich jetzt nicht so cool. Darkrai ist aber auf jeden Fall ein Highlight. Pokémon bei Feldforschungen. Für den Abschluss der Feldforschungsaufgaben könnt ihr Traunmagiel Galamakabaya Paragoni begegnen. Mit etwas Glück auch Gruff. Gruff wird ja im ersten Teil des Halloween-Events eingeführt. Aber die springen mir doch nicht in den Mund. Und bitte nicht jetzt das Video beenden. Traunmagiel so direkt aus der Feldforschung ist auf jeden Fall krass, weil es ja auch eine Entwicklung ist. Befristete Forschung. Da steht alles dabei. Das kommt schon im ersten Teil. Diese befristete Forschung mit Gruff. Die befristete Forschung mit Gruff auch im ersten Teil. Haben wir schon ein Video darüber gemacht. Diese Avatar-Artikel, diese Mützen, diese Kostüme haben wir schon gezeigt. Haben wir schon gehabt. Die Sticker haben wir gezeigt. Diese Amazon Prime Gaming Forschung möchte ich morgen eigentlich hochladen für euch. Da habe ich heute ein Video dazu gemacht. Die Forschung. Danke schon mal an NetGhost, der mir diese Forschung gegeben hat. Und ich war heute unterwegs, habe ein Video dazu gemacht. Die Forschung gelöst. Das waren vier Seiten. Ansonsten, wer Amazon Prime hat, schaut euch um, dass ihr euch das holt. Pogestop-Showcases stehen noch da, aber das seht ihr auch dann auch im Spiel. Webstore-Bundles, Eventboxen, dieses kostenpflichtige Ticket, schaurig schönes Ticket. Wie eben am Donnerstag im dritten Teil kriege ich ja wieder eine Zusatzforschung wegen diesem schaurig schönen Ticket, was Hannes mir geschenkt hat. So wird es dann auch am letzten Donnerstag den vierten Teil geben von schaurig schönes Ticket, wo ich wieder eine Zusatzforschung kriege. Auch die versuche ich dann im Video festzuhalten, für euch zu zeigen. Ja, diesen Donnerstag, so wie auch den letzten Donnerstag, also zwei Wochen lang dann, wird die Map anders aussehen und die Lavandia-Musik wird zurückkommen. Das heißt, im zweiten Teil konzentriert man sich also hier auf diese wilden Pokémon, die erscheinen mit den neuen kostümierten Pikachu, Gengar und auch den besonderen Raids. So, was sind eure Ziele? Ich nehme einfach alles, wie es kommt. Bei mir geht es um nichts mehr, keine Hunderter-Familien mehr, keine Schein-Familien mehr, kein gar nichts, habe jeden Tag Beutelplatz-Item-Knappheit, also keinen Platz und deswegen, keine Ahnung. Ich kann nichts sammeln, ich werde nicht großartig machen. Ich werde einfach spielen, werde ein paar Raids machen, jeden Tag ein, nämlich, ich werde dieses Team-Feature bei den Raids immer mal nutzen. Das hat jetzt gut funktioniert, die letzten Tage, wenn da Leute vor Ort waren, die geholfen haben, hat das auch irgendwie Spaß gemacht, mit einem großen Augenzwinger zu betrachten. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Das ist Teil 2 vom Halloween-Event. Zur Ruhe ein Highlight auf jeden Fall, weil der kann natürlich dann immer shiny sein. Man müsste, wenn man alles haben will, sich auf Gengar Pikachu konzentrieren, weil nach dem Event sind die wieder weg mit dem Kostüm und zur Ruhe bleibt einfach. Zur Ruhe wird zwar dann seltener, aber trotzdem habt ihr Bock. Was sind eure Ziele? Schreibt es rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Und zur Rocket-Übernahme und Kryptologia wird es noch ein extra Video geben. Wahrscheinlich auch heute. Jetzt gucke ich erstmal kurz die Premiere, lade das hoch und dann... Das wird eine endlose Geschichte. Peace out, vorhaut, euer Ramses.